Wir zeigen Ihnen nun einen ungewöhnlichen Level, in dem Sie an vielen Stellen nicht mit Ballern vorankommen, sondern Probleme auf andere Art lösen. Etwa mit Geschick, Ihrem Tricorder oder beidem. Hier erkennen Sie nur mit einem speziellen Modus des föderalen Handhelds, welche der Bodenplatten hält und welche zusammenbrechen würde. Der alte Ruinenplanet steckt voller ungewöhnlicher Hindernisse. Diesen Leuchtstück etwa, müssen Sie mit genau abgestimmtem Timing passieren. Später gibt's noch einen, bei dem das nochmal weitaus schwieriger ist. An einigen Stellen waren in Zwischensequenzen vorfallen. Herr, spürt meinen Zorn. Er hat gespürt, dass Sie ihn um ein Kilometer verfehlt haben. Hören Sie meine Geduld nicht auf die Probe, Voliarder. Das war seltsam, es ist einfach explodiert. Eine Falle. Munro, benutzen Sie den Bioscanner-Modus Ihres Tricorders. Wenn Sie auf den Rat des Kollegen hören, ist das Hindernis allerdings keine besonders große Herausforderung mehr. Wieder mal hilft Ihnen der Tricorder. An einigen Stellen kommen Sie nur weiter, wenn Sie geschickt springen und sich von außerirdischen Gerätschaften durch den Level tragen lassen. So, jetzt schalten wir noch schnell die Selbstschussanlage aus. Und lassen uns dann relativ gemütlich von dem Förderband bis auf die Plattform oben bringen. Bei einigen Stellen ist zunächst unklar, was passiert. Hier merken wir nur, dass irgendetwas unsere Gesundheit angreift. Hedrack-Corder lösen wir erst den Schalter aus, was ein paar Stunden dauert. Dann wählen wir den Gars-Sichtbar-Modus aus. Und erkennen jetzt, woher genau der giftige Nebel kommt. Anschließend müssen wir nur noch per Phaser die Öffnungen zuschreißen. Und dann werden wir jetzt die Öffnungen zuschreißen. Und dann haben wir gleich wieder genug. Und dann gucken Sie, was Herr St.